Patienten werden angeliefert. Jörg Pauli weiß oft nicht, wohin mit ihnen. Die Grippewelle sorgt für mehr Patienten, aber auch für mehr kranke Ärzte und Pfleger. Bettenknappheit bedeutet Bettensuche. Fahrten werden länger, Mittagspause längst gestrichen. Ich sehe, dass 5 von 20 Krankenhäusern Patienten aufnehmen können, wobei 3 von denen auch gerade erst wieder sich aufnahmebereit erklärt haben. Wie kann es sein, dass eine Grippewelle unser Gesundheitssystem lahmlegt? Letzte Woche in Augsburg war es so schlimm, dass alle bereits angesetzten Operationen abgesagt wurden. Auch Tumorpatienten, um Notfälle wie Lungenentzündung oder Herzinfarkt überhaupt noch versorgen zu können. Denn es gab ... ... einen Krankheitsstand von 342 krank gemeldeten Mitarbeitern im ärztlichen wie im pflegerischen Bereich. Und das reißt natürlich Lücken in ein System, was schon primär labil ist. In ganz Süddeutschland sind Ärzte und Pfleger und Kliniken am Anschlag. Es gibt keinen Puffer mehr. Ich glaube, es gibt pflegerisch wie ärztlich keinen Puffer mehr. Einsparungen, Fallpauschalen, Wettbewerb, Erfolgsdruck. Der Auftrag, mehr operieren mit weniger Pflegepersonal, hat unser Gesundheitssystem an einen Punkt gebracht, an dem die jährliche Grippesaison eine Krise auslöst, in der dann Lebensgefahr herrscht. Natürlich gibt es Erkrankungen, wenn sie nicht zeitgerecht versorgt werden, dann enden sie tödlich. Akute Herzinfarkte, geplätzte Hauptschlagadern, Schlaganfälle. Es gab einen Todesfall. Letzte Woche in Karlsruhe. Keine verfügbare Intensivversorgung in der Nähe. Nach einer langen Fahrt verstarb der Patient. Horror für alle. Die Bettenlage ändert sich jede Minute. Sollte jetzt noch ein Komapatient oder ein schwerer Unfall reinkommen ... Perlach hat offen. Der Rest ist ... Die sind alle mindestens noch 2,5 Stunden abgemeldet. Ich kann immer weniger Kliniken anfahren. Patienten brauchen immer längere Fahrtwege. Leitstellendisponenten müssen sich die Finger wund telefonieren. Wenn gar nichts mehr geht, wird der Notfall irgendwo hingebracht. Eine Klinik gezwungen, ihn aufzunehmen. Zwangszuweisung heißt das. Anästhesist Peter Hoffmann weiß, wie das ist, wenn man sich als Klinik abgemeldet hat und dennoch gezwungen wird. Das war einer der seltenen Momente, wo ich auch einen Moment der Panik niederkämpfen musste. Weil ich wusste, jetzt kommt ein Notarzt mit einem schwer verletzten Kind. Und ich hatte keine Idee, ob wir das Kind adäquat versorgen können. Weil wir wussten, alle Chirurgen stehen am OP-Tisch und operieren. Wir können keinen Notfall versorgen. Ich habe dann schon so im Kopf Szenarien durchgespielt, wie ich Chirurgen, die am OP-Tisch eigentlich operieren, zwinge, runterzukommen in den Schockraum und dieses Kind zu behandeln. Das war dann zum Glück nicht so schlimm. Das war aber reines Glück. Dass eine angemessene medizinische Versorgung darauf basiert, dass man Glück hat, wenn es darauf ankommt. Das ist nicht mein Verständnis von Medizin. Das muss immer gehen. Notfallversorgung ist ein Grundrecht. Wie kann es sein, dass sicherheitsrelevante Infrastrukturen nicht mehr gegeben sind? Verantwortlich will niemand sein. Die Betroffenen können nicht einmal streiten, denn die ganze Klinik befindet sich im Notfallmodus. Es ist so zugespitzt auf Stationen, dass sie Menschen als das Auszubildende alleine 25 Patienten betreuen, dass Menschen auf dem Gang liegen, dass viel zu wenig Personal ist, dass niemand mehr da ist, der irgendwie den Stationsbetrieb aufrechterhalten kann. Es ist wirklich in so einer zugespitzten Art und Weise haben mir das Pflegekräfte noch nie berichtet. Wenn man immer wieder Dienste hat, wo eine Pflegekraft 22 oder 24 Patienten betreut, das ist natürlich dann sehr schwierig. Das ist körperlich anstrengend, das ist psychisch anstrengend. Und dann eben weiß, da ist heute was schiefgelaufen oder da ist heute was schiefgelaufen. Und wenn nur eine Schwester mehr auf Station gewesen wäre, hätte das anders laufen können. Ich glaube schon, dass wir in einer Situation sind, wo Menschen sterben aufgrund des Personalmangels. Das ist so. Aber das wird natürlich nie so gesagt. Und das ist auch kein medizinischer Indikator eines Todesfalls. Es schreibt ja kein Arzt auf den Sterbeschein, schreibt ja kein Arzt wegen Personalmangel gestorben. Und das in einem Land wie Deutschland. Dienstagnacht, 22 Uhr. Alle Notaufnahmen im Raum München abgemeldet. Bis auf Murnau, 70 Kilometer. Hoffentlich bleiben sie gesund. Wenn nicht, viel Glück.